Neu bei uns im Programm ist The North Face. Der aus Kalifornien stammende Outdoor-Spezialist hat seine Laufschuhe in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Der Ultra MT gehört in die Kategorie Gebirgstrail. Mit ihm kannst du auf einfachen Trails bis hin zum schwierigen technischen Untergrund alles laufen. Laut Hersteller ist er der ultimative Schuh für die härtesten Trailläufe der Welt. Durch seine wasserdichte Gore-Tex-Membrane bist du auch bei schlechtem Wetter im Gebirge immer gut geschützt unterwegs. Für einen optimalen Stoßschutz im Vorfußbereich sorgt ein strapazierfähiges und sehr hochgezogenes Ripstop-Material. Die sogenannte Snake Plate im Vorfußbereich sorgt dafür, dass sich keine Steinchen oder Wurzeln durchdrücken können. Aufgrund ihrer mehrteiligen Bauweise gestattet sie dem Fuß, sich auf natürliche Weise zu bewegen und sich dem Untergrund anzupassen. Vibram ist bekannt für ihre langlebige und robuste Qualität. Deshalb verarbeitet North Face diese Technologie in ihrer Außensohle. Die Vibram Megagrip Außensohle steht weltweit für unübertroffene Bodenhaftung. Wenn du auch gerne auf schwierigen Trails unterwegs bist, dann ist der North Face Ultra MT Gore-Tex genau der richtige Schuh für dich. Du erhältst ihn in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell ihn direkt hier bei uns im Online-Shop unter runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017